Also wenn ich mal anfangen darf, dann möchte ich hier einfach betonen, wir haben seit sehr vielen Jahren eine gemeinsame Sprechstunde geführt am Ostschweizer Kinderspital und in dieser Sprechstunde sind wir dann auf die Idee gekommen, dass der Bedarf doch sehr groß ist, dass die Eltern mit immer mehr Wissen aus der Sprechstunde herauskommen möchten, um mehr über die ganze Ernährung des Kindes informiert zu sein, dass auch nicht nur die banalen Sachen von Interesse waren, sondern auch wirklich Fachwissen verlangt wurde und wir dann gesagt haben, eigentlich wäre es doch gut, dies in einem Buch zusammenzufassen. Wir haben festgestellt, dass sich über die vielen Jahre, wir arbeiten schon sehr lange zusammen, sich immer wieder die gleichen Fragen gestellt haben, also Eltern, obwohl es verschiedene Ernährungstrends gibt, auch immer wieder gleiche Fragen gestellt werden und wir auch dachten, unser großes Wissen von unserer langen Berufserfahrung auch mit vielen anderen teilen möchten und so auch dies niederschreiben wollen. Mancher Mancher